Er ist so tapfer. Aber es wird nicht besser mit ihm. Ja. Danke. Was finden Sie? Hören Sie ab! Herr Honecker, wie geht's Ihnen? Das geht Sie gar nichts an. Wir würden gerne ein Interview mit Ihnen machen. Ich gebe kalte Interviews. Geh ins Haus, Honecker. Geh rein. Haut ab, ihr Hausgeier! Weg von unserem Grundstück! Lass doch hier nicht mehr flicken! Bis morgen!